Ich hab doch gesagt, das hast du am besten schon vorgegangen. Misthaufen, verdammter. Mal gucken. Warte, wer hat da... Ich hab wo ein Wort mit. Okay. Dann verlierst du das Reitest nicht. Du verlierst den. Ich will den Schüssel gerne verlieren. Ich lass den noch liegen, bevor ich sterb oder rauskomme. Oder ist mir egal. Um die Schlüsse ist es mir echt nicht schade, weil die sind... Nutzlos. Ja, die sind unnütz. Nutzloser Dreck. Ich sag jetzt, ich lass mir Bibi dafür vor. Okay. Ich bin beim Ausgang. Ich seh rechts neben mir ist ne Klosette mit Mütze. Servus, Glici. Oh, korrupte Intervention. Ach, da hinten seid ihr. Hi. Wo bist du? Hinter euch. Perfekt. Hallo. Ach da, hi. Hi. So, Bibi nach vorne. Ich hab ihn gesehen. Nehme es es. Nehme es es. Ich glaub er will nicht. Wir umkreisen ihn jetzt einfach wieder eiskalt. Aua. 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 Ja, er versucht mich zu treffen. Ja, endlich. Danke. Danke. Hey. Howdy, Zombie. Geist. Au. 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 Er hat keinen Bock. Ok, schade. Heey, lass sie hier! Ja, aber ... Ey, warum mich? Ja, weil du eine Kona auf hast. Und, Glück und, Glück und Nein. Und, Glück und, Glück und ... Nein. Uuuhnnd ... Nein. Ah, macht euch Glück, 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 Glück! Na, macht euch Glück, Glück, Glück. das müssen wir noch mal kommen wir noch mal ein killer haben der spaß ja ich wollte mich gar nicht Nein, 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 nein. Okay. Äh, 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 äh. Ja, er hat doch was von 16.000, also passt für ihn. Juhu. Ich mein, nicht das beste, aber auch nicht das schlechteste. man ich vermisse das alte drehen ja ich auch ich verstehe nicht warum die das unbedingt ändern mussten was war der sinn dahinter ich habe standbild hier kam bist du noch durch die gegend wie viele punkte habe ich ja du bist ein bisschen gekrabbelt du hast auch nicht viel was 7192 wer mehr wie ich habe auch einen gehofft vielleicht hat sich bei ihm durch die gegend gebacken oder oder er hat nach mal im haken geschaut was machst du mit dem killer ja schade erst mal schreiben ggwp passt schon wir sind die freundlichen klaut wenn ich sowas als killer will würde ich doch locker nicht machen ja ja aber er hat 19 ja gruppe 45 freigeschalten easy nice doch auf deine wahl aber er hat er hat er hat auch nichts geändert am bild oder so der ist komplett los da reingelaufen wären wir jetzt so eine eklige toxische gruppe gewesen wäre er gepfickt gewesen ja ich bin froh dass wir netz sind wir interessieren uns alle nicht für die ränge oder kurze frage nö ok gut soweit von wumpe die ränge sind doch eh bald weg ich meine ich persönlich bin sogar recht froh darüber ach so wir müssen ja neue sachen nehmen das wird doch immer am 13. resettet oder nicht ja ja eben aber halt nie komplett ne ah ok also das heißt äh ink und ich wir sind auf gott was sind wir neuen wenn wir jetzt so bleiben oder ja kommt das ist auch weiter laufen an ihrem fall ist todes nicht den schlüssel lasst den grünen schlüssel wo der grünen schlüssel hingehört wie ist denn das eigentlich muss ich kielschleuder ständig mit neuwelt anschreiben oder nicht äh nö musst du nur einmal deutlich machen nur ein einziges mal auch wenn jetzt wieder neuer gewinner gezogen wird ich glaube schon ich weiß es nicht bei kronk in seinem gewinnstil sehr gut ich meine man bleibt drin ich bin mir aber jetzt nicht vorhundertprozentig sicher weil er hatte schon mal eins da hat er gesagt ihr müsst das nicht öfter schreiben ihr bleibt drin die frage ob es bei dem auch nicht so ist oder klar bock ich hab ihn ja du hab elven schon mal angeschrieben was am 22.10.2020 hab ich sie was gefragt oder ihn ich weiß es ehrlich gesagt nicht ok ähm kam ne antwort ich ja ja es kam tatsächlich ne antwort ähm ich werde jetzt nicht eingehen worum es geht weißt du wahrscheinlich selber auch nicht mehr doch ich hab ja grad durchgelesen ich weiß worum es geht ja ok komm jetzt bitte n killer der spaß abhaben will einfach nochmal den twin ja ich hab angst zu schreiben ne ich lass das sein ich keine ahnung warte wir sind ja schon fast in der runde ich hab nichts so ups ups i did it again ich bin im keller wow ja du auch wir alle wir alle sind beim keller doch alle beim keller wir haben nur einen Haken rum warte ich mach aber auf uns aufmerksam ja wir können das alle machen hier sind vier stück einer fehlt aber ich zähne nur drei Claudette hi er kommt gut wer eigentlich keine ahnung oh so jetzt gehen wir einfach hoch oh hi oh piggy listen listen ja ass effekt wl ja 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 ich wollte sie im keller einsperren ich glaube wir werden das mit Jens machen oder? einmal anfassen, rumlaufen, einmal anfassen, rumlaufen welche Richtung? ich weiß noch nicht ich finde die Richtung er macht da nicht mit ja genau, aufhängen, häng ihn auf nein ich bin weg mit dir lol ein unterhaar, ehrenhaftes Perk ja, warte, hier bitteschön danke so aua aua das hab ich verletzt hallo stupsern los nase stupsen nase stupsen nase stupsen nase stupsen okay aua nein, das ist nicht nett nase stupen ich bin gar nicht da oh jetzt ist sie sauer nein nein lass mir Ruhe hallo ich called her Das muss ich aber mal geschafft haben mit dem fünfmal Walden. Das Fenster ist auch gesperrt. Tschüss. Darf ich? Darf ich? Boah, ich kann dich gar nicht heilen. Hier, nimm mich. Er kann mich, aber warte ich ihn gar nicht rein und anzeigen. Nimm mich. Danke. Oh, paar Wegelpunkte. Ich geh nicht. Hallo, könnt ihr aufhören mich zu blenden? Danke. Die beiden können einfach nicht geheilt werden. Wieso können wir nicht geheilt werden? Ich hab Angst, dass ich Ding hab. Ich glaub schon. Boah, wie gemein. Ja, ja, schuldigung. Dann darfst du mich ruhig nochmal aufhängen. Ich bin noch nicht tot. Ich will auch aufhängen. Kann mich immer noch nicht, doch nicht gar nicht mittlerweile heilen. Ja. Kann auch jemand zu warm vor lauter Lachen? Ja. Ja. Ja, ich krieg den Käfig. Ich kann mich nicht heilen. Ja, sie hat genickt. Aua. Ich kann nicht nicht heilen. Frontflip. Ja, ich hab den Käfig, ne? Ja, aber man müsste sich ja trotzdem heilen können. Hat er einen Perk oder sowas für mich nicht heilen können? Der ist wirklich nicht getrunken. Jetzt kann ich dich wieder nicht heilen. Äh, vielleicht erst deine Falle abmachen. Hier ist ja nix in der Nähe zum Falle machen. Na, du musst es doch sehen. Ah ja. Loi. Ach so, mit der hab ich ja bei Uteilen hab ich ja voll verdrängt. Darf ich? Ja? Okay. Guck mal, dadurch kriegst du jetzt ja auch gute Punkte. Oh ja. Ist das schon mal der kalte Schlüssel? Komm mit, nicht hauen! Aua! Heil dich. Du wirst immer gehauen, merkst du das? Ja. Komm mit! Komm mit! Ja! Ich hab grad kein, überhaupt kein Glück, ey. Oh Alter, wo bist du schon ganz? Was? Ja, ich hab schon drei, drei Dinger gemacht, ich hab keinen Schlüssel bekommen. Wurde ausgelacht. Komm mit! Der vierte und kein Schlüssel. Den Generator gefunden. Wie viel Pech wollen sie? Ja. Ja. Ich krieg Skillcheck-Pumpe. Ja, das stimmt, ne? Bei mir war es der zweite. Wow. Genau, sammelt ihr die... Die Krone sammeln! Der fünfte! Oh, hi! 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 Yes! Dann kommst du mit! Kommst du hierher! Nein! Komm her! Hierher! Komm! Nein! Nein! Nein, nein, nein! Komm! Sie umhauen! Sie umhauen! Umhauen! Sie umhauen! Sie umhauen! Ja! Genau! Jetzt nimmst du sie hoch! Oh mein Gott! Nein! Ich weiß nicht! Ich darf nicht noch mal hängen! Nein! 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 Aber ich glaube, das hat sie auch verstanden! Und da jetzt, hoffentlich hängt sie dich jetzt auf! Und dann gibt sie noch mal ne Falle! Ja! Ich wickel auch mal nicht! Böse! Den hab ich verdient! Ja! Böse! Böse! Und da jetzt, komm mal mit! Okay! Und hier, warte! Ihn mitnehmen! Komm! Heb ihn hoch! Ja, aber ich bin ja, ich bin gleich hoch, häng' mal hängen. Nee, du sollst ja nicht hängen. Na, komm mal mit. Sau, komm mal her. Diese Sau. Sau, komm doch mal her. Wo soll ich denn hin? So, nimm ihn da hoch. Nein! Boah. Seh'nst du dich? Ja gut, ich kann aber noch mal hängen. Lass'n wir Marcel hängen, ja, oder? Wo soll ich jetzt hin? Was meintest du mit der Falle? Nee, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Äh, du musst unbedingt die Falle machen, weil du bist... Ja genau, geh du Falle machen. Äh, ja, ganz schnell Falle machen. Geh du Falle machen. Du musst Falle abmachen gehen. Okay. Nee, die... So, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Geh mal, geh mal da weg. Komm, nein, komm. So, sie nehmen. Sie nehmen. Sie nehmen. Sie nehmen. Sie nehmen. Hauen. Ja. Genau. Genau. Jetzt nimmst du sie auf die Schulter. Ja. Jetzt läufst du bitte ein Stück. Ich glaube ein Stück. Danke. Juhu. Weil das ist ja auch noch ein Archivment. Ich hab' mich nicht heil. Aua. Sie darf mich nicht aufhängen. Nein, nicht aufhängen. Nein, 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 nein. Ah, hat sie verstanden. Gut. Ich hab' kein Glück bei dem Schlüssel. Ich glaub' die Falle wird zu schnappen. Warte, ich kling mal nicht. Ah, ich glaub' sie will mich auch zur Palette bringen, wenn das sein. Ich weiß noch nicht. Ich hoff'. Also ich muss, in dem muss jetzt der Schlüssel... Ja, sie bringt die Palette. Ah, hier ist einer. Hey. Nochmal springen. Ich glaub' da ist es gleich tot. Ich hoffe nicht. Ich krieg' keinen Schlüssel. Nach drei Jahren. Ja, du schaffst das schon. Du schaffst das schon. Ich geh' doch jetzt zu, oder nicht? Ja, du musst halt zunächst brennen. Du kriegst das schon hier nicht. Oh, mein Gott. Dumm. Ich vertraue dich nicht. Ja, ich glaub' ich hab' mich vorhaben. Ja, ich glaub' ich hab' mich vorhaben. Nein. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wie klappt das? Halleluja! Ich geh' mir noch einmal springen, danke. Und, lol. Dafür solltest'n'n Schief mitgeben, ey. Letzte Sekunde. Hey, warte, warte. Ah, ok. Dann heil ich halt niemanden mehr. Mist! Leid. Ich bin und bleibe auf jede Art und Weise ein Looter. Also das muss auf jeden Fall gut Punkte geben für sie. Ja, auf jeden Fall. Da wär alles mit ihr gemacht. Ich mein, es würden noch zwei Gems fehlen. Wenn wir aufmachen, kriegt sie auch noch mehr, ne? Ja. Aber ich glaub, ich lass mich töten. Aua. Ja, auf jeden Fall. Habe Schmerzen. Habe Schmerzen. Habe Schmerzen. Was möchtest du? Ich habe Schmerzen. Naja, sie muss ja wenigstens glauben. Ich bin tot. Achso, hast du ne Krone, du? Sie? Nein. Du brauchst das nicht laut sagen. Wir wissen, was du meinst. Nein. Sie? Nein. Du brauchst das nicht laut sagen. Sie muss. Sie muss. Warte, warte. Sie muss. Sie hat 30.000 Punkte schon. Sie hat 30.000 Punkte schon. Sie könnte euch alle gehen lassen. Sie hat trotzdem 30k. Wow. Nein, nein, nein. Nein, nein. Aua. Ja. Ja, mich kannst du ruhig aufhängen. Mich darfst du ruhig aufhängen. Ist in Ordnung. Dann muss ich Pip jetzt aufheben, ne? Da ist kein Haken mehr. Ich kann sie ruhig aufhängen. Das ist in Ordnung. Hi. Nein. Wie kann ich weiter gehalt werden? Ja. Oh lol, ich habe auch einen Pip gekriegt. Was ist ein Pip? Ähm, für einen Rang. Ich habe einfach hilfsbereit und Flüchtling aufs Schilland. Ich auch. Nice. Und die anderen beiden selber. Ja. Oh, sie hat ja Max Punkte. Easy. Ja, sie hat Max Punkte. Sie ist halt... Sie hat sich diese Runde komplett genommen. Das ist doch gut. War auch ein PC-Spieler, ne? Ja. Ich habe meine Aufgabe fertig, easy. Ich würde mal eben schnell pickeln. Mir fällt gerade auf, sie hat die Schlüsselmenschen getötet. Wenn sie euch jetzt die Hedge zeigt, ist es unangenehm, glaube ich. Ja. Hat er Ruinen... Hat er jetzt Ruinen eigentlich dabei? Nee. Weil ich hatte mit Jen angefangen, aber der war auch zur Hälfte fertig und der ist jetzt wieder leer. Wie ich das das letzte Mal gemacht habe, bin ich daraufhin gestorben. Oh, ich war beim falschen. Ja. Da bin ich wieder. Wie weh. Guck mal, man muss gar nicht ernst spielen, um Pips zu kriegen. Echt, ey. Man könnte auch nur Fangrunden spielen. Das ist der Grund, warum es keine normalen Server immer gibt. Also warum die eigene Server haben, ne? Ja. Weil vorher haben so Leute wie ich und da meine Freunde damals... Ähm... Wir sind einfach auf Steam-Server nicht Besuchte gegangen. Wie zum Beispiel die... In Asien und so, ne? Und da waren halt... Haben halt nur wir nach Lobbys gesucht. Ah, da! Da ist, du darfst rausgehen. Ach, ich? Darf ich? Ja, du, mach Tor auf und geh. Okay. Ich hätte mich sonst auch angeboten. Das klingt falsch. Ja gut, oder so. Du kannst doch sie suchen und dich einfach töten lassen, wenn du willst. Du hast gesagt, sie hat Max-Punkte, ne? Ja, das hat sie. Ja gut, dann bringt sie ja eh nix mehr. Ja, und hier unsere Ink kriegt die Head. Ja. Perfekt. Killer hat doch schon ein Tor aufgemacht. Ja. Ja, für ihn hat sich das jetzt auf vielen Fall gelohnt. Ja, voll. Und stell dir jetzt noch mal vor, wir hätten... Ja. Ne, ich darf nicht gehen. Ich hab ja schon gewartet, ob ich gehen darf, wenn ich nicht. Und stell dir mal vor, wir hätten jetzt... Wir hätten jetzt alle die Torten mitgehabt. Oh ja. Das wär ja nochmal richtig nice, ja. Aber ich hab für sie gar keine. Wer ist Level 17? Ach, er bringt mich auch zu Head. Die denkt... Oh, wegen den Schlüssel denkt sie wahrscheinlich, oder? Ne, er hat auch ne... Er hat nen... Er hat keinen Schlüssel mit. Ich hatte keinen. Wenn ich los, nimm's jetzt. Okay. Ja, aber ich kann ja nicht. Achso, doch. Doch, der geht ja gleich auf. Und ich hab meine Challenge geschafft. Ja. Boah, ich habe... Oh, ich habe... Drei Schillende und ein Gold. Zwei Pips, glaube ich. Ich hab zwei Schillende, evade a light ringer. Okay.